Ich seh keinen. Ich seh auch niemanden. Das ist aber echt voll crazy mit den ganzen Bäumen, ne? Das ist so krank, wenn man das vorher nicht hatte. Ich bin in der Nähe, sind ganz viele da. Es kommt doch, es kommt doch. Echt? Es kommen ganz viele, ey. Drei, drei Leute. Groß L-Haus. Ja, der ist direkt da vorne runter, Alter. Vor dem Eingang? Vor dem gelben Haus. Okay, loot du und ich geh hoch. Nein, ich höre einen. Ja, Mann, der ist hier. Ich hab keine Waffe, Alter. Ach, ne. Na, geil. Ah, was? Alter. Ah, fuck, ey. Ah, man. Nein, nein. Can you still kurz, ey? Zwei Stücke, ey. Beste Schrode EU, Junge. Beste Schrode EU, Junge. Ähm. Tada. Danke, das schockte dir überhaupt nicht. Lalalalalalalalalala. Wir müssen hier abseits runter. Wirst ihr so'n... mit so'n Dummdorf ne, so. Ja, das wär's aber gerade Pech. Wir hatten einfach nur todesschlechten Loot. Ich weiß gar nicht, wo hier jemand sein soll. Oben ist einer. Was? Ist er ganz oben gewesen? Das weiß ich nicht, wo der jetzt ist. Meinst du, dass der hier war? Der hat ja nicht mal den Koffer eingesammelt. Der kommt. Pass auf. Der kommt jetzt, der kommt jetzt. Der ist rechts. Der kann gerne kommen. Pusche einfach und kill den. Alter. Nein. Komm, komm, komm. Ja, killi, 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 killi. Yes. Mann, Alter. Lass auf, lass, 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 lass. Meinst du, dass du einen Kumpel dabei? Natürlich. Ja, ja. Der kommt, der kommt, der kommt. Los. Los. Ja. Kill ihn, kill ihn, kill ihn, kill ihn. Kill ihn. Ja. Geh hoch, geh hoch, geh hoch, geh hoch, geh hoch. Hier stelle ich dann wieder an die Wand so. Wir machen es wieder. Hast du nachgeladen? Warte. Komm. Ich habe nur drei Schuss. Komm, kommt der nicht von der anderen Seite? Nee. Jetzt. Schieß. Pusche. Jetzt. Ja. Ja. Ich komme nicht mehr. Alter, was? Du hast ein ganzes Squad auseinandergeleitet. Alleine. Und ich weiß gar nicht, was hier los ist, du. Das kannst du nicht hören. Okay. Alter, wie, die Erf. Keine Ahnung, was ist hier los, ey? Alter, die killt einfach drei Leute. So, du kommst. Du bist perfekt in der Zone. Was? Scheiße, ich will aber nicht alleine sein. Was ist das hier eigentlich? Das ist auch in der 16. Aber habe ich ja. Ja, geh doch mal in die nächsten Häuser. Ja, loot wir weiter. Hast du den unten überhaupt schon gelootet, den du gekillt hast? Nee. Ich meine... Dann nehme ich Shotgun, solange du hier bei den Häusern gehst. Wieso? Aber die ist voll... Das hier ist doch vollautomatisch. Nee, das ist nicht vollautomatisch. Nein. Das macht eine Burst. Oh, scheiße. Das ist kacke. Das ist leer, bevor der andere tot ist. Ja, okay, okay. Dann nehme ich lieber das hier. Das hat die nämlich ganz schön weggehauen. Als ob es die noch einfach so mitgerissen hätte. So, scheißegal, was hier los ist. Da ist was drin. Erste Hilfe Koffer, Energy Drill. Nice. Rotpunkt, naja, gut, das brauche ich nicht. Äh, Moni. Moni, nimm die mit. Und der AKM, Alter. Nimm die mit. Brauche ich die 7,6er? Ja, die brauchst du dann für die AKM. Ja. Motorrad kommt, Motorrad kommt. Ja, jetzt fährst du die rein. Ey, jetzt wieder wieder, jetzt wieder wieder. Die kommen da gleich safe rein. Die kommen safe jetzt wieder da rein. Äh, nee, warte mal. Ich höre sie noch. Guck mal, bis sie aus dem Fenster. Ja, Mann. Meinst du, die kommen? Ja, die kommen, die kommen. Bleib da. Ich weiß nicht, ob ich quasi von hinten. Ja, aber das ist schon mal gelernt. Das ist gut. Ich stehe zu nah an der Wand, ne? Ja. Wenn ich dann nicht, ja, okay. Ist klar. Ich kann ja sogar nach hinten gucken, theoretisch. Ah ja, ist geil. Was ist hier los? Wer hat mich angewiebt? Dö, dö. Die kommen nicht. Die kommen nicht, Leute. Nee, die kommen echt nicht, ich glaube nicht. Die kommen nicht. Ich höre was. Oh ja, die betteln sich. Schossen, ähm. Ich weiß auch nicht. Tut mir die Hände weh, wenn ich das so lange drücken muss. Ich höre, aber gelaufe. Ah. Echt, das höre ich nicht. Bei dem habe ich Fußstapfen gehört. Jetzt schon wieder. Oder macht ihr das beim Umdrehen? Ja, das machst du. Nein, aber wenn ich, obwohl ich alt gehalten habe, also gedrückt habe, dann nicht, ne? Nein, dann nicht. Okay. Ich komme nicht. Das ist scheiße ohne euch. Geh runter, geh runter. Geh runter und kill dich einfach. Ja, oder ich werde gekillt, eins von beiden. Ich weiß nicht, gibt es hier überhaupt noch was zu holen? Nee. Gar nichts mehr, ne? Soll ich vielleicht einfach die andere Seite runtergehen? Die ist bestimmt schon leer. Nee, da war nichts mehr Besonderes. Hm. Achso, oh, hier bin ich ja schon draußen. Ja, aber meint ihr echt, dass hier überhaupt jemand noch kommt? Oder jemand ist? Ludo, auf jeden Fall mal die anderen Häuser. Ich habe Angst, rauszugehen. Geh hinten raus und gehen das Garagenhaus. Was, wo hinten raus? Ja, da. Hier? Ja. Äh. Rechts. Das Garagenhaus da oben? Nee, ja, das da meine ich. Das blaue oder das einfach hier? Ach, das Ding. Ja, alles klar. Ich habe auf Einzelschuss. Kann ich die denn auf Vologe-Tisch? Ja. Oh, Gott sei Dank. Sonst wird... Das wird mir vorhin schon fast den Tod, äh... Ich glaube, hier war ich sogar schon drin. Ich weiß es immer gar nicht mehr. Oh, was? Das war auf dich. Hey, WTF? Hey, WTF? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Vielleicht denkt derjenige jetzt, er kommt hier hoch. Das ist das Todeshaus. Da habe ich eigentlich die meisten Kills gemacht. In diesem Haus hier. Komischerweise. Da habe ich nämlich immer so, und dann habe ich gleich so. Aber die kommen hier nicht. Ich glaube, in dem Haus jetzt genau gegenüber von dir ist einer. Ja? Dem. Woran merkt ihr das? Habt ihr Bewegung gesehen? Nee, aber da ist beliebtes Haus. Für mich ist das hier das Beste. Am besten noch das, wo das ganz nach oben geht hier. Hey, da bin ich wieder. Hallo. Ich habe voll hier abgeräumt. Ein Noob räumt ab. Nimm's gerade auf. Ja, klar. Dann warte ich. Ja, ich bin ja eh gleich tot. Ich habe noch nie so lange überlebt. Ich weiß gar nicht, was hier los ist eigentlich. Ach so, für die Leute, die das nicht wissen. Hi, ich bin der Gehle. Ich war beim letzten Spiel zumindest zu hören gewesen. Ah ja, doch. Auch schon zu sehen. Ja. Jetzt bin ich wieder in diesem Scheißhaus hier. Lastbloskel keinen abseilen. Nee. Ich will keinen abseilen. So. Eigentlich nicht. Aber die anderen seilen einen ab, wenn sie mich hier sehen bei Battlegrounds, weil die dann schon so Angst haben vor mir. Keine Ahnung, hier ist keiner mehr, Mann. Ich habe das Gefühl, hier ist keiner. Wie kann das sein? Was ist das denn für eine Folge, Alter? Sich mal eben kurz am Bein kratzen und dann geht's hier weiter. Ich glaube, mein GTA 5 Konto wurde gehackt. Warum? Warum das denn? Ich kann mich gerade nicht anmelden. Ja, einfach Passwort vergessen oder so. Nein. Gehle. Wir sind hier ein krasser Mission, Mann. Nein, bestimmt hast du Passwort noch vergessen oder irgendwie was. Ich kann mich aus dem Fall nicht konzentrieren. Krocht da gerade einer im Busch? Ich weiß es nicht. Es sah gerade so aus. Irgendwie ganz kurz. Das ist Verwand. Oh, da. Was hast du denn hier? Äh, warte. Zwei Erste Hilfe Koffer. 15 Verwand. Energy 3. Ja, ein bisschen was. Ja, wenn du das nächste Mal welche hast, auf jeden Fall Challenge nach Energy 4. Achso, wenn ich gleich welche angreifen will oder was? Ja. Ja, wenn ich dazu noch komme in diesem Zeitpunkt, dann ja. Wie sehen die Haare so komisch aus von der Tante heute? Sandro, man hört dich gar nicht mehr. Was ist los? Ich bin gerade am Handy. Wiegt das gar nicht? Zwischendurch mal ein bisschen. Ey, wie geil ist das denn? Was denn? Die Sohne. Alter, was hast du eigentlich für'n Lack? Geh wieder, geh wieder in dein Haus, Mann. Ohne Scheiß. Stell dich da lieber hin. Falls jetzt echt noch jemand kommt. Ja. Ja, besser ist es, falls jetzt doch noch jemand kommt und meint, er müsste mich dann obballern. Das weiß ich gar nicht. Das ist eh keiner. Und gleich Nackenschuss, das war's. Ja, kann passieren. War das hier oder wäre ich noch eins nach oben gegangen? Das war sicherer, ne? Ich glaube, das muss sicher sein, dass hier keiner ist. Das wäre jetzt natürlich ein bisschen kacke. Nö. Soweit. Soweit. Ist hier noch keiner. Wo? Pisna? Oder was? Prison. Prison. Warum ist das alles jetzt wieder anders hier? Hieß das nicht alles irgendwie so ein bisschen anders? So, noch rein. So, da. Pisna. Pisna. Auf nach Pisna. Da ist der gelbe Punkt. Ach, da. Sag das doch. Es ist zu lange her. Es ist alles auf Null gesetzt bei mir. Ja, da ist auch... Keine Ahnung. Ich hab auch keinen Bock mehr, Leute. Findet mich. Geh doch hin. Da kommt einer. Ich hab was gehört. Auto, ja. Jetzt kann ich wieder reingehen. Alles was sonst. Ich hör Schüsse irgendwo da hinten. Da kommen alle von Süden. Gleich kommen sie alle und dann wird das hier noch so eine 6er Kill Serie oder so. Ja, die Zone ist jetzt auch echt nicht weit weg. Dann musst du aber jetzt hin. Ich muss weg? Hm. Du musst aufpassen auf diese Hügelhäuser. Dass du denen da... Ja, es nützt ja nichts, aber ich muss ja... Muss ja weiter. Toll. Dann ist das nach oben gelatscht auch wieder umsonst gewesen. Jetzt hör ich dein Handy doll. Hey, ist das eigentlich weg? Jetzt ist das eigentlich hab ich's weggelegt. Ja, das ist unser. Digga, wie viel FPS hast du jetzt, wenn du zuguckst? 80. Ja, aber ich ruckel ja auch. Ich hab jetzt gerade 90, 92, 95. Also so, das ist ein bisschen besser. Das ist um die 90. Jetzt hab ich 100. Und du? Ja, jetzt hab ich wieder um die 90. Das ist 85, 90. Na, dann bin ich so ungefähr 10 FPS besser. Das ist echt... Ist besser. Nicht viel, nicht viel. Ist ja auch kein großer Preisunterschied bei den Dingen. Wieso nicht? 1080 ist ja nicht viel teurer. Ne, 40, 50 Euro. Och, das geht ja. Das ist ja nichts. Ich dachte, das wäre ein bisschen mehr. Ich dachte, das würde so schon in die Hunderte gehen. Es gibt ja auch 10.000 verschiedene Versionen, ne? Hm. So, die teuerste 1080, die kostet locker 120, dann mehr. Die hat einfach nur besseren Kühler dann. Lol, wenn man liegt, kann man das nicht. Guck mal, bei mir wird das so angezeigt. Kann ich im Liegen nicht. Mach ohne drücken. Du versuchst dich so an. Ja, mach ich ja. Alter, das ist so krank. Was ist denn hier los? Die Endzone ist aber mega cool, ey. Aber jetzt muss ja gleich jemand kommen. Wenn du die Runde holst, dann kann ich nicht mehr. Dann lache ich mich so krank. Hast du da auch ein Visier drauf? Ja. Was ist denn für ein? Zweifach. Ah. Wieso? Ah. Ich sterb wahrscheinlich gleich ganz katastrophal dumm und dann ist das eh alles wieder vergessen. Aber schieß niemals einen auf Full-Auto auf Entfernung. Also halt da niemals dann gedrückt, weil dann verziehst du eh komplett. Ah, okay. Und dann macht das nur auf Nahkampf. Also ich glaube schon fast, dass ich da hinkriechen kann. Vielleicht ist das sogar die beste Methode, ey. Ich mache jetzt einfach schön in Schatten immer, aber geht ja leider nicht die ganze Zeit. Ja, ich weiß nicht, was hier los ist, Mann. Kein... Es gibt Runden, da bist du sofort am Arsch und dann gibt's Runden, da triffst du niemanden. Äh, bei der Straße. Links. Autos? Ich versteck dich hier in den Baum. Ja, ich lese, ich lese. Lauf erstmal in die Zone. Ja, lauf erstmal in die Zone. Los, los. Geh weiter rechts, geh weiter rechts, geh weiter rechts. So, dann. Ich stehe hinter dem Stein. Ja. Ah, ich glaube, der ist nicht drin. Springen manchmal. Dann mache ich doch noch mehr auf mich aufmerksam, oder? Fuck. Alter, zur die Pfanne. Ja, aber ich muss weiter. Was mache ich jetzt? Ja, chill noch kurz, chill noch kurz. Guck mal, ob du den, wie siehst. Nee, von hier würde ich nicht mehr. Nee, ich guck nicht, guck nicht, guck nicht. Was soll ich machen? Renn weiter rechts. Renn weiter rechts, ja da. Noch weiter rechts, noch weiter rechts. Renn rechts, noch rechts. Ja, hinter dem Baum. Hinter dem Dicken aber. Lauf zickzack, lauf zickzack. Warte. Ja, so. Genau hinter dem Dicken jetzt hier. Alter. Am Auto ist einer rechts. Ah, fuck, was? Das ging voll schnell. Das ging voll schnell. Aber das ging voll toll. Das ging voll. Ja, so. Bis zum nächsten Mal.